Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich hoffe, ihr hattet gestern ein frohes Fest und wurdet reich beschenkt und habt eure Liebsten reich beschenkt. Heute im Video geht es darum, meine Prediction, welche Buffs und Nerves können wir erwarten für Season 3 für die 5 Charakterklassen, die wir aktuell haben. Heißen Ruid, Barbs, Sorcerer, Rogue und Necro. Die bin ich alle einmal durchgegangen. Ich werde euch ein bisschen Gameplay immer anzeigen und dann gehen wir einmal durch den Bildplaner, welche Nerves und Buffs ich erwarte und auch ein bisschen die Unix, aber starten wir rein. Ich würde sagen, als erstes schauen wir uns mal den Druiden an. Den Druiden spiele ich ja meistens auf Pulverisieren und ich glaube Pulverisieren, so wie ich den auch aktuell spiele, ist der vollkommen fein. Ich glaube, da wird es weder Buffs noch Nerves geben. Der wird genauso in Season 3, wenn nicht grundlegend wieder irgendwas geändert wird an Crit und Verwundbarkeit und Überwältigen, denke ich, dass Pulverisieren sich nicht viel ändern wird. Ich habe gesehen, Landslide wird relativ wenig gespielt. Ich hatte mal in Season 1 einen heftigen Landslide-Bild, der auf das Barbarenherz gesetzt hatte. Das könnte auf jeden Fall mal ein bisschen gewafft werden. Lightning Storm wird auch wenig gespielt. Tornado ist immer noch in aller Wunder und ich glaube, der stärkste, berichtigt mich da Schatz, berichtigt mich da unten in den Liefenkommentaren, ich glaube, der stärkste Bild aktuell ist Shred, was ich da so gesehen habe. Der kann auch in die Milliardenhöhen gehen. Muss man natürlich die ganzen Buffs und so mit einrechnen und wie nutzbar das ist in einem Dungeon oder so, aber gerade gegen Bosse, glaube ich, ist aktuell Shred am besten. Aber das ist für die Kernfertigkeiten. Ich glaube, Kernfertigkeiten ist ein Thema beim Druiden. Und das ist sowieso... Ja, das lassen wir mal weg. Eine Sache möchte ich nämlich ganz doll beim Druiden ansprechen. Etwas, worauf sich, glaube ich, auch viele von euch gefreut haben und ich auch. Und das war die Synergie zwischen Boulda und Hurricane. Es kam nämlich mit Patch, mit Season 2 und Patch 1.2.0 ein neues Unique ins Game für den Druiden. Und das war der Dolmen Stone. Und der Dolmen Stone hat gemacht, dass der Boulda, wenn man ihn eingesetzt hat, im Hurricane um einen herum geschwebt und geflogen ist. Richtig, richtig nice. Habe ich auch ein Bild drum gebaut. Dazu gibt es noch einen Aspekt, der macht, dass der Boulda jetzt eine Kernfertigkeit ist und 50 Ressourcen kostet. Das zusammen ist in der Theorie voll nice. Lässt sich aber leider nicht geil umsetzen, weil es dann nicht mehr diese Key Passive gibt. Weil Boulda dann eine Kernfertigkeit ist. Das heißt, durch Boulda kann nicht mehr Hurricane gezündet werden. Hurricane hat eine Abklingzeit. Und selbst in meinem Bild, den ich ausprobiert habe, hatte ich Hurricane auf dem Minimum an Abklingzeit, was irgendwie möglich ist. Und selbst da war es nicht möglich, durchgehend Hurricane und Boulda zu zünden um sich herum. Zusätzlich kostet Boulda 50 Ressourcen. War also echt schwierig, den einzusetzen. Das hoffe ich mir ganz doll, dass es da einen Buff gibt. Beziehungsweise eine Änderung, dass man den Boulda und den Hurricane richtig nice mit den Dolmen Stone benutzen kann. Das wünsche ich mir für Season 3. Ich glaube, beim Barbaren muss ich nicht viel sagen, oder? Hammer der Uhr an, muss so unfassbar dringend genervt werden. Milliarden Schaden, viel zu viel Schaden. Es gibt keinen Gegner im Spiel, der so viel Leben hat, dass Hammer der Uhr an irgendwie Sinn macht. Der wird auf jeden Fall genervt, da können wir von ausgehen. Ich hoffe, dass Wirbelwind gebufft wird, weil der leider, ich habe es versucht in der Season, immer noch nicht spielbar ist. Vor allen Dingen auch mit den krassen Änderungen zu Crit und Verwundbarkeit. Wirbelwinds, echt ganz am Rand angesiedelt, kann man so gut wie gar nicht spielen. Beim Barbaren wünsche ich mir einen extremen Buff. Auch würde ich gerne mal mehr Bills sehen, die mehr auf Blutung gehen. Das heißt, hier sowas wie Zerfleischen oder hier gibt es auch diesen Spieß. Würde ich mir sehr wünschen. Ich glaube, es war auch zu Season 2, da wurde mal was von einem Erdbebenbild erzählt. Da kam auch eine neue Glyphe mit rein. Da habe ich auch gar nichts von gesehen, dass das irgendwie gespielt wurde. Würde ich mir auch sehr wünschen. Ein durchgehendes Erdbeben fände ich eigentlich ganz gut mit Aufstampfen oder vielleicht mit Sprung. Da irgendwas Cooles zu machen, was nicht so auf irgendeine... Ich habe halt keinen Bock immer auf diese Clunky 2er Waffe, wo man einfach drauf eindrescht. Ich will einfach auch mal was haben, wo der Barbar an sich geil performt. Es gibt ja auch den Furry Barb, den Francie Barb, hatte ich schon mal vorgestellt. Der macht zwar gut Schaden, aber eigentlich setzt er auch mehr auf Klingenplatten und darauf, dass er selber Schaden kassiert. Kann in der Verbindung mit Melted Heart ganz geil sein, was aber auch genervt wird nächste Season. Also lassen wir uns da mal überraschen. Ich glaube, hier kann richtig viel passieren bei den Barbaran. Beim Necron kann ich tatsächlich gar nicht so viel zu sagen. Ich habe in der Season beim Necron nur ein Bild gespielt und das war der Shadow Blythe. Das heißt hier Pest, Blythe mit Schattenschaden und dem Boundstorm. Seht ihr hier gerade auch im Gameplay, was ich hier gespielt habe. Das heißt im Prinzip die ganze Zeit nur durch die Gegner durchjumpen mit Flickerstep und die ganze Zeit auf den Schattenschaden setzen. Ist brutal gut, mega stark, mega tanky vor allen Dingen, weil man durchgehend eine Barriere hat. Weil Boundstorm die ganze Zeit aktiv ist und man durch Boundstorm die ganze Zeit eine Barriere bekommt. Und Barriere halt macht, dass ihr unsterblich seid. Ist quasi so ein bisschen Melted Heart to Go. Ja, aber ansonsten zu dem Rest kann ich gar nicht so viel sagen. Ich weiß, dass Blutburger am Anfang mal angedacht war mit den ganzen Änderungen zur Überwältigung. Aber da habe ich dann auch nicht mehr viel von gesehen die Season über. Knochensperr scheint ziemlich tot zu sein mit den Änderungen zu Crit und Verwundbarkeit. Ja, da müsste auf jeden Fall viel passieren. Und was sich alle wünschen und ich auch, Leute, wieso gibt es keinen Nekro, der voll darauf setzt, mit seinem Minion Schaden zu machen. Aber Minion ist leider immer noch nicht spielbar. Es gab in Season 1 diesen Minion Build von Rob, den ich auch vorgestellt habe auf dem Kanal. Wo man das Barbarenherz wieder benutzt und dann machen die Minions unendlich viel Schaden. Aber ohne das Barbarenherz geht das leider nicht. Und ja, die Minions sind leider wieder Trash und können leider wieder gar nicht benutzt werden. Würde ich mir sehr wünschen, dass da Minion Build rauskommt. Wenn wir uns mal Ring vom Mendeln angucken, ist auch der Schaden leider zu klein. Und ich glaube, berichte ich mich da, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, der Aspekt, der kann nicht kritten. Das ist auch nochmal so ein Ding. Wenn der Aspekt hier kritten könnte, könnte es auch sein, dass das Ganze viel krasser wäre. Wenn man sich vorstellt, 36.000 physische Schaden, der könnte kritten. Wenn ihr ein Tausender oder Zweitausender Prozent Schaden drauf habt, dann sind das nicht 36.000, sondern nur durch den Crit, durch die Crit-Erhöhung, das Zehn- oder Hundertfache. Ist auf jeden Fall schon mal ein Unterschied. Ja Leute, was soll ich euch zum Magier sagen? Ich glaube, das erklärt sich relativ von selber. Ball Lightning muss gefixt werden, ist viel zu stark. Der Server laggt, wenn ihr aber beim Weltenboss wart in der letzten Zeit und da mehr als ein Ball Lightning dabei war. Dann hattet ihr vielleicht mal Lags, Giga-Lags von 2-3 Sekunden. Das war nicht euer Spiel oder so, sondern das war der Server, der nicht damit klarkam, dass so viele Schadenzahlen eingingen, die bestätigt werden mussten und wieder zurückgeschickt werden mussten zu euch. Also Ball Lightning muss gefixt werden. Ich finde ihn mega nice, der wird auch danach immer noch mega stark sein. Keine Sorge Leute, Ball Lightning wird auch danach Ultraschaden machen, aber wird nicht mehr so dumm viel Schaden machen. Ja ansonsten gibt es viele Builds beim Magier. Ein Ding, was glaube ich komplett gereworkt werden muss, ist Incinerate. Das ist dieser Feuerstrahl, der man nach vorne ballert. Der muss komplett adjusted werden. Der wird gar nicht gespielt. Der kann auch nicht gespielt werden. Ich habe es versucht. Leider unspielbar. Feuerball gibt es coole Sachen. Es gibt auch Frozen Orb Builds, es gibt Ice Shard Builds, es gibt Chain Lightning Builds. Habe ich auch schon vorgestellt hier auf dem Kanal. Sehr cool. Es gibt sogar mit Oculus Teleport Builds mit Metamorphose. Auch sehr cool. Also Sourcen war eigentlich eine sehr coole und gebalancete Klasse bis auf Ball Lightning. Aber nehmen wir das mal raus. Eigentlich eine sehr coole Klasse aktuell. Eine Sache, worüber wir uns der Gedanke machen müssen. Nächste Season, wenn Metamorphose weg ist, ist Frost Nova. Aber das einzige, womit ihr verwundbar machen könnt, zusätzlich zu Teleport mit dem Unique Gewand der Unendlichkeit. Das sind die einzigen Quellen, wie ihr den Gegner verwundbar machen könnt. Vielleicht wird die Glyphe angepasst, so wie es bei allen anderen Charactern auch ist, dass die Glyphe macht, dass die Gegner verwundbar sind. Und ansonsten wird es ein bisschen schwieriger nächste Season für den Sorcerer, denke ich mal. Weil sonst muss man einfach hier Teleport spielen. Um die Gegner zu stunnen. Äh, nicht Teleport spielen, hier Gewand der Unendlichkeit. Um die Gegner halt mit dem Teleport zu stunnen oder halt mit Frost Nova um die Gegner verwundbar zu machen. Und als letzte Klasse haben wir den Rogue. Und ich sage ganz ehrlich, beim Rogue habe ich Fragezeichen über dem Kopf. Ich werde mit dem Rogue einfach selbst Ende Season 2 nicht warm. In Season 1 habe ich mal versucht, hier diese Klingen zu spielen. Wie heißt die nun mal? Twisting Blades. Hat mir keinen Spaß gemacht. Ich habe diese Season versucht, Penetrating Shot zu machen. Ist okay, aber auch nicht wirklich stark. Es gab oder gibt immer noch diesen Bug mit T-Bowlts Wille, dass man bis zu 23 oder ich glaube 23 von diesen Bonuspunkten haben kann. Und die dann auf einmal verschießt bzw. releast. Und man damit unfassbar viel Schaden macht. Aber wenn der Bug nicht da ist, ey, ich bin beim Rogue echt, ist bei mir ein hoffnungsloser Fall. Ich würde so gerne einen Oldschool Diablo 3 Jäger spielen, der einfach von hinten draufballert, seine Geschütze setzt und von hinten seinen Strahl macht und alles wegballert. Einen Ultramode macht und Raketen rausschießen. Vielleicht kennt der ein oder andere das auch von Diablo 3. Der Rogue bei Diablo 4, der gefällt mir einfach von vorne bis hinten gar nicht. Irgendwie was Cooles mit Shadow Clone, dass auf dem ganzen Bildschirm 15 verschiedene Leute von einem selber rumlaufen, würde ich voll cool finden. Aber ja, irgendwie werde ich mit dem Rogue nicht so ganz warm. Auch dieses Ganze, das ist auf drei unterschiedliche Induktionen basiert oder auf Fallen basiert. Ja, der Jäger, ich werde leider nicht warm mit der Klasse. Vielleicht ändert sich da in Season 3 nochmal was zu. Ich kann hier leider nicht zu viel sagen. Meiner Meinung nach müsste der Jäger komplett gereworked werden. Passt für mich. Also für mich ist kein, ist nicht meine Klasse. So, jetzt habe ich gesagt. Aber schreibt gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare. Was müsste gebufft werden dringend und was müsste genervt werden für Season 3? Ich denke, Anfang nächsten Jahres werden wir da schon Neues zu hören. Dieses Jahr wird es ja kein Campfire mehr geben. Aber zu Beginn des neuen Jahres. Ich würde sogar den Call machen. In der ersten Woche kriegen wir ein Announcement direkt zu einem Campfire-Chat. Weil dann ist es auch nicht mehr weit zu Season 3. Am 23. endet die Season 2 und am 26. munkelt man, startet Season 3. Bedeutet, man hat nur 2-3 Wochen, um die ganzen Sachen zu announcen, zu besprechen und uns mitzuteilen. Wird eine sehr spannende Zeit Anfang des Jahres. Bin ich sehr hyped drauf. Ich würde mich wie immer über ein Follow auf den Kanal freuen, Leute. Ich weiß ganz viel haben das noch nicht gemacht, wenn ihr nichts verpassen wollt von Diablo und vom Loot. Dann gerne ein Follow da lassen. Like auf dem Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.